Kein Wort. Was ist denn hier los? Na, musst du jetzt heulen? Ich hatte hier ein tolles Gearspalt. Wie soll ich dich aufpassen? Ich bin hier, mich entspannt. Wie soll ich das ein? Wchenken? Ich bin hier 술. Ich habe keine Reisefalt, der in den Nachmittag zu haben. Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Entschuldige. Aber ich hab mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir deinen Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber diesmal komme ich wirklich rechtzeitig. Versprochen? Versprochen. Das sind die Angriffe von heute Morgen. Und damit sollte ich dich unbedingt daran erinnern, dass heute... Elsa's Geburtstag ist. Richtig. Und dass du offen wirst zu rauchen. Lassen wir den Nachmittag frei gehalten? Für jedes Jahr. An mir soll's nicht liegen. Oh Mann, das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen. Probleme? Wenn wir 23 mit Bild 25 tauschen, dann schaffen wir die 17 nicht. Boah, dies ist schon fast 3, ne? Ja, aber wenn ihr die beiden trotzdem tauscht und Bild 27 am Samstagvormittag reinschiebt, dann kriegt er die 17 im Banner. Walter Winter. Ich hatte Ihnen mein Drehbuch geschickt. Was wählt ihr, dass sich ausprobiert? Ach, die Lesbung geschickt. Ja, genau. Sie haben's gelesen. Hat's Ihnen gefallen? Die Exposition ist zu lang. Lassen Sie sich von meiner Assistentin einen Termin geben. Wir sehen uns. Ja? Bernie, ich weiß, du bist auf dem Weg zu deiner Tochter. Aber Greta will das Set verlassen. Was? Weil sie die Szene nicht so spielen darf, wie sie will. Wie auch immer. Du weißt, was passiert, wenn sie erst weg ist und der Verleiher sein Geld aus dem Projekt zieht. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Bernie? Bernie? Okay, okay, ich fahr vorbei. Du musst etwas unternehmen. Deine Ex-Frau. Bitte ab, das heißt von mir. Boah. Du musst etwas unternehmen. Du musst etwas unternehmen. Bitte ab, das heißt von mir. Boah. Deine Ex-Frau. Du musst etwas unternehmen. Dass wir gewonnen haben. Deine Ex-Frau. Deine Ex-Frau. Deine Ex-Frau. Deine Ex-Frau. Ich werde mich weg der Le legs man gespannen. Euch? Ja? Oh ja. Das ist. Ich has den Appen-Ich. Fast Z- Powiemfounderchen. Du musst duestens. Und wenn ich euch alle vergesse, ganz und gar vergesse, wie ich euch ganz geliebt habe, dann ist doch der Name noch da, weil ich nicht aufhören kann, ihn zu rufen. Hans? 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 Ich habe einen Mann gekannt, der hieß Hans, und der war anders als alle anderen.